oh man hätte ich doch nicht vom schlafen gehen noch mal in das flüge werden video reingeguckt also hat mir ein haufen konflikte auf einmal gelöst tausend dank war gerade so eine halbe stunde hier hat mich so ein bisschen hin und her gekrampft der beliebt die epileptische krise gleich sofort danach bekommen vorher natürlich übelst warm geworden übelst müde jetzt kann ich erst mal noch mal pennen weil ich an da und pissen muss ja aber dafür bedanke ich mich schon mal recht recht herzlich bei euch ja jetzt geht's los